Ich habe Videos gesehen von XBOX, deswegen wo T-Rex und Giganthosausen nebeneinander standen. Sind schon größer, geb ich zu. Hätte ich auch nie behaupten, dass sie nicht größer sind. Soooo... Reicht. 68. Ach ne, das ist dann doch nicht. Na dann. Vielleicht werde ich morgen endlich Level... Keine Ahnung, hab's vergessen. 73. 80. Jupp jupp. Ach, da fällt mir ein. Joachim So FAR. Go Work. Planck! Sträne Schlag. Halladen ON Warteln wir, wenn ich mich recht entzündere. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ist ja auch ne Idee. Dann müssen wir nicht jedes Mal da wie blöde suchen. Ach so, fertig, Sattel sucht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Gott sei Dank, Mann. Gib mir Pumpgun. Geh, 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 Geh! A legmitalmás. So, Affe. Nö. Ich kann keinen Sattel mehr machen. So, Affe. So, Affe. Affe. Das ist das, was ich habe. gleich ist das dach zu das ich das ich 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 dann genau das letzte was ich versammelt habe verdammt dafür ein bisschen selbst glaube ich oder so holz und bei wach hat nene das da so jetzt das letzte ding und dann ist das dach geschlossen so jetzt nur das und dann bin ich fertig was meinst du jetzt wo jetzt was wieso nach da oben ja ich brauche ich brauche sowieso alles noch schräg hoch damit da keiner reinkommen kann das musste alles noch zugemacht werden ich weiß dass ich da alles schließen kann ist ein bisschen kompliziert wie ich das machen will aber es funktioniert zurzeit ein nicht so nein auch nicht so gott das ist so war ja genau so ein nicht so ein nicht so nicht so nicht so Gott komm schon perfekt so dann ist das schon mal so zu könnte man jetzt nur so rein also nur kleine fischer können hier rein also kommt wie es campis und insekten würden hier reinkommen jetzt noch aber ja natürlich da kann man nichts mehr zu machen echt so mal probieren wenn das geht perfekt wenn nicht okay dann ärgerlich ja das geht ja perfekt das geht das ist gut dann kommen dann nur noch die kleinen viecher durch muss noch hier zu machen wie soll ich das auch hier hinkriegen Gott das wird ein bisschen kompliziert ja so muss es so gehen ja so ja 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 so jetzt muss ich nur das gucken dass ich das zu machen kann so halt mal hier muss ich nur zu machen oder und hier hier komm schon perfekt ja 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 mehr kann ich aber nicht zu machen da kommt keiner auch rein da gehs Ah, toll, jetzt fehlt mir dafür mehr Material. Also mir fehlt doch noch ein bisschen Material. Aber sieht schon mal besser aus als vorher. Besser war hier alles offen. Jetzt kann man wenigstens sagen, das ist einigermaßen zu. Jetzt kommen nur noch die kleinsten Viecher hier durch. So. Wir hätten das Tor offen gelassen. Ja, kann ich was machen. Dein Raptor folgt dir noch. Rampe wird jetzt auch bald gebaut. Nee, die wird gleich gebaut. Erstmal schließe ich die ganzen Dinger ganz. Dann kümmere ich mich darum. No problemo. No problemo. Sicherlich ersetzt. Ach so. Hm, ich bin jetzt schon rüber. So, jetzt aus meinem Privatvorratshatch nehmen. Was, hier ist ein Sekt? Hier bei uns vermitten in den Sekt, ne? Oder direkt hier in der Basis. Oh, kein Sekt mehr. Na gut, dann nehm ich das Sekt noch. Dann bräuch ich daraus noch die, äh ne, nicht das. Das da. Sieben Stück. Ja, sieben sind besser als keine.